Hallo, ich bin zwar wieder der dumme Fettzack auf seinem klapprigen Stuhl. Ich werde nicht glauben was passiert ist. Ich habe ein Fenster und das ist offen und ein bisschen fettige Finger. Und deswegen entschuldige ich mich schon mal für mein Spielverhalten hier in CSGO. Ich habe halt fettige Finger von... Ja, ich bin fett. Ihr wisst das ja schon und wir spielen heute CSGO. Na ja. Also ich könnte jetzt das ganze... Also das ist jetzt... Ihr könnt spielen. Ja, so ist gut. Aber er wollte ja meinen ganzen Schreck sehen. Also... Ah! Nein! Diesen Chips Eimer, den ich euch gezeigt habe. Den ich gestern, heute ist Montag mit dem Tobi gefressen habe. Hi Tobi! Das ist gleichzeitig mein Kamerastativ. Und ja, ich weiß. Ich habe ein Kamerastativ. Das liegt ein Meter entfernt. Aber ich bin einfach zu faul, das aufzustellen. Ich komme gar nicht mit der Maus richtig nach rechts. Wegen dem scheiß Chips Eimer. So einen Moment. Oh! Boris? Ist er tot? Scheint ja nett. Du Arschloch. Ah! Oh! Upsi! So Pistolrunde Leute! Jetzt geht's... Was'n? Sorry BB! Oh, ich habe die Bombe! Oh yeah! Jetzt gibt's Geschiss! Willst du die Bombe haben? Ja. Ja. Haha! Von hinne! Oh! Hey Guys! Un Momento! Dieser Chips Eimer von Chio Red Paprika. Bocklet Bubis! Der enthält 400 Gramm Chips. Der enthält 400 Gramm Chips. Also sagen wir mal... Das werden 500... Sagen wir mal... Das wäre ein halber Meter. Komplett hin! Die Packung, die könnte schon voll sein, ne? Das ist voll die Abzocke! Mann, wieso sterben wir? Ich habe hier zufälligerweise gerade einen Block, ne? So, schreibt mir mal in die Kommentare, wer das ist und... Jo... Ihr kriegt einen Keks! Jo... Richtiger Boris! Taddeos Vater! Hat ihn umarmt! Die Fettsackschnecke! Ach! Ich soll das lieber lassen! Sonst werden... Werden auch Kinder verstehren! Wollen wie? Eduardo! Ach! Oh! Finde deine innere Ruhe! Ohm... Ohm... Schon wieder leer! Ich habe hier einfach noch eine Pizzakarte! Zwei Millika Schokoladentafeln! Und einen halben Kilo Chips-Eimer! Und ich bin noch nicht gestorben! Terroristen haben gewonnen! Wir sind die Terroristen! hmm... Sch-sch-sch-sch-sch Ja, man! Ich bin wieder! 3 Kilo Vetter, Molotov! Oh, der war richtig gut! Jawoll! Brenمل! Ich gib's euch! Oh! Herpes! Wie nett getroffen! Was war das? I'm confused! Der scheiß Waffen! Du doofes Sau! Weil ich so fett bin! Dann hat man halt mal öfters Gänsehaut Und dann geht man auch ganz schnell runter Das ist ein Niveau Scheiße! Mann! Den hab ich easy Ja die Schrift kann ich auch lesen oder? Ich hab ihn gehört! Danke Headset Oh nein 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 Ein Fettsack ist da ohne Alles klar Der ist deutsch Ja man! So was macht man in seinem Beruf Nett arbeiten One B Double Door Double Door Ich dachte Dumbledore gibt's so in Hogwarts Double Door Ich kenn mich aus Oh oh! Wollt man sich einmal kratzen? Das Scheiß Scheiß Einrastfunktion Die Amarschbeine Mann! Wie jetzt? Och nö der ist weg Nein! XD Ach du Scheiße! Ich hoffe nur ein Stück als erstes Ich hoffe nur ein Stück als erstes Wir wollen uns rein leben Teamwechsel Aaaaah